Das sind verdammt viele. Wow, 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 wow. Wow! Was schwecken soll nicht die ganze Munition, Mikey? Oh, Scheiße. Fucked. Fucked. Wow! Feuer? Fuck, ja. Oh, shit. Oh, shit. Oh, je, oje, 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 oje. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. So ein kleines Zielding. Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Oh yeah, oh yeah! Oh yeah! So, zu damit! Hei, 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 Leute! Wat für eine Action! Ui, 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 ui! Gut, hätten wir Mikey schon mal bis hierher gebracht, hätte er schon mal bis hier überlebt. Das ist ja schon mal... schon mal etwas. Was ist das da unten? Das Loch der Abfälle, oder was? Und wo ist Wolfi? Ich hab keine Lampe mehr! Das ist die nächste Scheiße. Boah! Diese Quicktime-Events. Da muss man auch höllisch aufpassen. Da muss man höllisch aufpassen. Ach, Herr Jiminy, hier sieht's aber auch aus. Boah! Ich will einfach nur noch raus hier. Wie wollen wir hier irgendwie... ...den Schlüssel oder sonst was finden? Ich...fällt mich hier als Mikey schon überhaupt nicht mehr... ...zurecht. Wo sind wir hier? Was machen wir hier? Ich...keine Peilung. Also ich weiß schon... Boah! Ich weiß schon, wegen was wir hier sind, aber... ...wo finden wir das, was wir suchen? So, oder woher weiß Mikey, wohin soll? Also, boah! Ach, du Heiliger! Fuck! 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 Eieieiei! Verbarrikadieren, fliehen! Oh, verbarrikadieren, würde ich sagen. Hey, Kumpel! Komm runter! Komm, Wolfi, bitte! Doch, komm! Okay, okay, kleiner. Dann sehen wir uns später, ja? Oh, je! Armer Wolfi! Ach, das zerreißt uns schon wieder das Herz. Oh mein Gott! Boah! Boah, das sind einfach zu viele! Boah! War's das jetzt, Leute? Oder wie? Oder was? Auf was hätte ich denn schießen sollen? Auf die leeren Fässer, wo ich nicht weiß, was drin ist? Boah! So, jetzt wären wir wieder bei Jess. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die sieht ja auch ganz schön mitgenommen aus. Oh, Jemine! Oh, das sind die anderen. Kommt schon, Leute! Beeilt euch! Wir müssen zu Mike! Na los! Hey! Ich... Ich... Ich komme kaum vorwärts, Leute! Geht doch lieber ohne mich weiter! Nachfragen! Wir lassen dich nicht hier! Wir lassen dich nicht hier! Nein, Chris! Wir lassen dich nicht hier! Wir bleiben zusammen! Mike muss dann eben warten! So! Komm mit! Immer ruhig, Chris! Chris, wir lassen niemanden hier und sagen, okay, komm du, klar. Was macht man da nicht? So. Chris humpelt uns ein wenig hinterher, aber der kommt schon noch mit. Die Kameraführung ist ja auch gerade sehr interessant. Komm mit, Chris. Kommst du? Jawohl. Shit. Mein Kanzi hinter sich verschlossene Kacke. Es muss noch einen anderen mitgeben. Ja. Was hält er denn von dem runden Ding hier? Aber ich will erst mal gucken. Es scheint wirklich nichts zu geben, was wir einsammeln könnten, oder? Gibt es denn nichts zum Aufsammeln? Ein Totem oder so? Wäre ganz interessant. So. Ja, dann hätte ich gesagt, was wäre mit dem runden Ding da, Leute? Seht das bloß ich, oder seid ihr blind? Halt! Halt! Was ist hiermit? Also, ähm, sollen wir es versuchen? So viele andere Möglichkeiten gibt es wohl nicht. Okay. Okay. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay, das ist in etwa der letzte Ort, an dem ich jetzt sein möchte. Tja. Die mutige Sam geht zuerst. Die mutige Sam geht zuerst. Ach, gar nicht schlecht. Meinst du, das ist der Tunnel zum Sanatorium? Ja, wo soll er denn sonst hingehen? Der stöhnt auch. Hey, ähm, hey, wir sollten das schließen, oder? Hä? Ich meine, was, wenn uns was folgt? Ja, klar, mach zu. Aber wir müssen jetzt weiter. Kannst du dich beeilen, bitte? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das geschlossen hätte. Auch in einem Fluchtversuch weniger. Aber andererseits natürlich, es kann wirklich was folgen. Aha, das sind immer so Sachen, wo man gerne Bescheid wüsste, was man jetzt machen sollte. Leute, wo seid denn ihr schon alle? Ähm, Leute? Leute! Da vorne! Leute, Mensch, warte doch auf mich! Ähm... Hallo? Wer ist da? Ist da jemand? Jessica! Bist du das? Stimme untersuchen? Zur Gruppe? Lieber zur Gruppe. Hallo? Nur nicht ablenken lassen. Also, mich hätte jetzt die Neugierde schon gelockt, aber... Das ist mir zu... Das ist mir zu heikel. Oh mein Gott, endlich! Ich hatte eine scheiß Angst! Wir auch. Immer zusammenhalten ist die Devise. Da. Oh nein. Wow. Die Leiter ist hin! Wir schaffen es niemals darauf! Nein, nein, nein. Ich glaube, ich schaffe es. Ich glaube, ich kann das. Ist wie eine Felswand. Ich klettere weiter. Geh du doch zurück zur Lodge. Ich muss zu Mike. Viel Glück! Hm. Gehen die jetzt wirklich zurück, oder was? Schon ein verrücktes Gegentier. Ja? Sam ist in den Minen. Und die kennt sich wohl ein bisschen aus mit dem Klettern. Oh, schon wieder Quicktime-Events. Zum Vorsprung springen. Drumherum klettern. Ach komm, wir springen. Boah. Zur Kanten drumherum klettern. Boah. Ich habe es voll drauf. Ja, Sam. Du hast es definitiv drauf. Ach, schade. Kann man nur nach links, rechts leuchten. Weniger nach unten jetzt, oder so. Oh, das geht's jetzt da. Springen! Was haben wir da? So, da muss sie hin. Anscheinend. Was haben wir da oben? Ach, sag bloß, das ist das Gebiet, wo wir schon mal waren. Wow. Wow, wow. Scheiße. Ja, toll. Zurück geht's jetzt nicht mehr. Kacke. Shitty. Hätte ich doch erst da springen sollen. Wow. Was für eine verrückte Gegend. Boah. Alter. Ich weiß nicht, wo lang. Geradeaus, links, rechts. Also. Ja, kann man schon brauchen. Grins. So, jetzt ist es schon mal bis hierher geschafft. Ei, 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 ei. Gut, dann machen wir die Tür auf. Oh. Oh, wir sind tatsächlich draußen. Links oder rechts, Leute? Okay. Das ist immer eine Frage. Ich will erst mal gucken, was es hier rechts noch gibt. links oder rechts, wenn es eh eine Sackgasse ist. Links oder rechts. Das ist immer ein Irrgarten hier. Und man weiß nie richtig, wo soll man jetzt überall lang gehen. Außer da. Ein Kanister. Boah. Fui, Teufel. Okay, da hinten ist die Brücke. Und hier scheint es nicht weiter zu gehen. Ah. Okay, da rein müssen wir anscheinend. Da sieht man auch nirgendwo was. Okay, jetzt sind wir wieder... ...hier vorne anscheinend. Okay, es scheint also wirklich nur... ...einen konkreten Weg zu geben. Wir müssen irgendwie zur Brücke finden. Also gehen wir jetzt mal an der nächsten Gabelung. Hier nach rechts. So, und schon wären wir bei der Brücke. So, und das ist doch das Gebiet, wo Mikey... ...reingegangen war, über die Mauer geklettert war, oder? Oder nicht? Ne, das ist ein anderes. Das verwechsel ich. Halt, hat er nicht gerade was aufgeleuchtet? Hier im Fass? Ne, war wahrscheinlich bloß eine Reflexion irgendwie. Jetzt gerade wieder. Ah, das war wirklich nur irgendeine Lichtreflexion. Öh, die Fenster. Oh, Alter. Ich dachte es mir gerade noch irgendwie so insgeheim. Ach, hier wird gleich was passieren? Ah, ne, doch nicht. Dann doch. Keine Güte. Das... Hier sollte man ne Bombe reinjagen. Gut. Das ist eine exklusive Fässer. Oh, ja. Okay, ich glaube, der nächste wäre verbrannt. Ach, das ist wahrscheinlich so ein Effekt, wenn sie verbrennen. Der Geist verbrennt wohl mit, so ungefähr. Also hätte Mikey schon zwei gekillt, oder was? Wendigo-Killer No. 1 Alles okay? Äh, definiere okay. Lässt er dich rot finden hier? Okay, keine Schuss mehr wahrscheinlich. Suchen wir ein wenig ins Versteck des Bastards. Und jetzt?